Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten Letzt Test ja heute mal Family Guy Online und wie ihr hier seht ist es noch in der Beta-Phase also nicht wundern wenn vielleicht noch ein bisschen ein paar Bugs oder so vorkommen das ist ein MMORPG wer Family Guy nicht kennt das ist so eine Comedy-Sendung Zeichentrick wir kennen die eigentlich nicht das Wiens Hauspark Humor so zu sagen sozusagen wie wir erstellen wir uns dann das übrigens ein MMORPG Rollenspiel ne so hier kann man also alles auswählen ja ok das müssen wir ja auch nicht so ne ne ja ich würde sagen nehmen wir einfach mal die Frisur rotfarbe achso ne Haarfarbe so gut so ja einfach mal die nehmen Schuss so jetzt ne gut jetzt den Charakternamen der nimmt mal LP natürlich ja ja dann würde ich mal sagen das ist echt nicht gerecht ne play the game ne haha dem Beispiel ich kenne zwar jetzt nicht alle Folgen aber aber ich kenne schon viele eigentlich wenn ich gerade Langeweile hatte ich habe das Cripp und Cripp dann habe ich es mal angeguckt ähm läuft auf MTV und Viva wie weit ich weiß you got it boss das ist halt noch alles englisch weil es auch noch die Beta Phase ist ok want to get the rock out of here talk to Chris Chris ist der Bruder der der auch ein bisschen rund ist gehen wir mal rein da hat der Bewerbsling so jetzt sehen wir hier den Haus von Griffins man kann springen hier ist die Küche alles gut nachgemacht eigentlich alles gut nachgemacht eigentlich was haben wir hier Klavier ah ok das ist das Zimmer von dem Großvater soweit ich weiß ähm das Spiel könnt ihr euch übrigens kostenlos ziehen einfach auf der Seite die werde ich mal in der Beschreibung äh verlinken hier ist das Schlafzimmer von den beiden Stoies Zimmer mal hier you wake up die Kinder bestimmt alle ich weiß gar nicht mehr wie die Schwester heißt da ist er ich weiß gar nicht mehr wie die Schwester heißt da ist er ja das ist nicht wichtig aber du wißt du was wichtig ist ich bin gay jetzt wir lassen uns alle irgendwo zusammen sein und dann sagst du alle eure Freunde dass ich sie mit mir auch willkommen willkommen zu sein weil ich bin gay ich bin mit dir ich bin gay zu machen und ihn als gay darzustellen also schwul und hat sich halt ihn nach innen verkleidet oder in ihn hat dann halt zu diesen Typen da gesagt anscheinend den beliebtesten Typen so wie es auch immer in so einem Film ist die so ne Jacke da anhaben ähm dass er gay also halt so schwul ist und dass er es allen weitersagen soll und äh ob da jemand sein gayfreund sein will Alter hoher Schwarz und der andere ja der ist auch schwul und lass uns zusammen weggehen oder so und das hat er jetzt halt herausgefunden und ist sauer der gerade jetzt muss ich wieder mit mit wem soll ich reden ah ja schon mal raus so hier ist also die Straße da ein Hut da ah und jetzt das ist der perverse Opa das ist der perverse Opa der ähm den Sohn von Peter Griffin ich weiß grad nicht mehr wie der heißt ja genau Chris der will den Opa den halt wie soll ich's aus stricken ficken und hat den auch schon nackt bemalt alles als sowas sie ist halt so ähm geil auf die wenn man so sagen kann so gehen wir hier beim Busch kann man sich also nicht verstecken helfen ja ja da war so da war also grad einen Brunnen und der solch und ein Seil runterwerfen ok kann ich schwimmen ne ne ja mal die ist halt jetzt äh nicht die beste Grafik scheiße wie komm ich hier raus ah ne gut da ist äh da ist äh Stewie da ist wieder rein ok ähm soo was ist das denn? wir haben mit Chris reden oder? wo sind sie denn nochmal? da oh was ist das? put your head between these two restrained lords and win a free pack well that's a no brainer come on you fat do it who's laughing now? i got my hat ok well listen well listen it was wrong of you to steal my customer away from me and i want him back oh yeah? look griffin got his ass kicked haha what a loser haha i have that shirt at home hmmm you you pushed me boys boys we can settle this like reasonable and sexy teenagers who ever can swallow the most talented OPM wins was voller pedo alter soo go to kiles house in the suburbs ok wo's kiles house geh gehe 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 ey geh geh my the stairs da oben steht's auch da ok geh Thriller da rein köpfe doch nicht an wir brechen jetzt einfach mal ein Genau Was ist das? Ja Okay Oh Darauf haben wir ihn erledigt Okay Oh Müssen wir hier noch irgendwas machen Das hier nervt ein bisschen Dann geht die Karte mal weg Aber wir gehen jetzt immer wieder raus Wie gesagt, ich kann jetzt so nicht Also ich kann das jetzt nicht in einer Folge hochladen Ich bin dann so Partner von 1 bis 3 2 bis 3 Das werde ich dann so hochladen Okay Das ist ja auch nur Let's test Ich bin jetzt die Schlange auf Ja Irgendwie kein Let's Play werden Ah Guck mal ein bisschen noch rein Okay Okay Guck mal ein bisschen um proponist Ja What are you doing here? Beat it, nerd! Okay, talk to Chris again. Boom. Müsste es nur noch so einen South Park online geben, das wäre cool. Das würde ich dann vielleicht auch zuletzt legen. Ladebalken, 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 okay. Okay. Der hat doch so ein Dreirad, kann ich damit nicht fahren? Hm. Vielleicht wird es besser oder nicht? Okay. Okay. Natürlich Flatscreen war ja klar. Was hat der da offen? Ah, okay, okay. Ja. Ja, ja. Oh, alter Rechner. So. Okay. Ja, das Spiel hat viel mit Drungenrennerei zu tun. Oh, okay. Existit. Pornoslavia. Existit. We are absurd. Mösen. 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 Existit. subtleen Resourcesliste. St cuentavesitobile. Es tut. Kaum. I don't even have to play. Wissen. Wissen. Koppels Munich. Allein Klacken, inistani Sometimes. Ich werde Cyndi Lauper in der Wahl kümmern. Ich will nur Spaß haben. Das ist kein weiblicher Plan. Ich muss einen neuen Kontroller finden. Diese Stadt ist total aus Kontrollen. Okay, dann geht's. So. Go talk to Chris in der Gryphon House. So. Get to go from... Da muss ich echt viel laufen. Also es wäre kein Spiel, das ich letzt spielen könnte.